Wer fragt, der führt. Diesen einfachen Satz, der in der Theorie sehr einfach auch umsetzbar ist, wirst du mit Sicherheit schon ein paar Mal gehört haben. Und wie verhält sich das Ganze in der Praxis? Naja, es kommt halt wie immer drauf an. Das Thema Fragen ist ein sehr, sehr umfangreiches Thema und einen kleinen, kurzen Snackimpuls zu genau diesem umfangreichen Thema liefert dir diese Episode. Setz du das ein, was du heute hörst, wirst du besser behandeln. Hi, ich bin Andi Schrader. Das könntest du bereits wissen. Ebenso wirst du hier entweder zuhören, weil dir meine Stimme so wahnsinnig gut gefällt. Allerdings halte ich das eher für wahrscheinlich her, dass du hier auf Play gedrückt hast, damit du bald eins kannst. Besser verhandeln. Wer wie was? Wer wie was? Wieso? Weshalb? Warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Du könntest diese Zeilen kennen und unweigerlich die gleiche Melodie im Kopf haben, wie ich sie gerade im Kopf habe. Vielleicht warst du sogar auch dazu geneigt, an den Bekanntenstellen gerade in die Hände zu klatschen. Wir werden es wohl nie erfahren. Fragen sind ein umfangreiches Thema. Und so umfangreich dieses Thema auch ist, so wichtig ist es bzw. so einflussreich ist es auch. Ich picke mir heute mal einen kleinen Teil raus und schau mal, wie du davon in Verhandlungen profitieren kannst. Als ich 2018 meinen Podcast startete, wusste ich, dass ich auch Interviews führen werde. Eine entsprechende Interview-Anfrage, die ich an einen namhaften Experten auf seinem Gebiet gesendet hatte, verlief sehr vielversprechend. Die Aufzeichnung war auch sehr gut gelaufen, die Nachbereitung rasch abgeschlossen. Ich war sehr zufrieden. Also Interview zur Freigabe an den Experten geschickt und dann ab dafür. Die Freigabe per Mail kam auch knapp zwei Stunden später. Sehr gut. Zwei Tage vor der geplanten Veröffentlichung klingelte mein Telefon. Andi, sehr gutes Interview. Gefällt mir. Wenn du mir jetzt noch mein Honorar in Höhe von 1500 Euro überweist, kannst du es gerne veröffentlichen. Ähm, Honorar? Wie soll ich das machen? Ja, es mag vielleicht überrascht kommen, aber ich nehme eigentlich immer ein Honorar. Hatte ich vergesst zu erwähnen. Wir können auch 2500 sagen. Interviewgast, ich verstehe, deine Zeit ist wertvoll. Nur, wie soll ich das umsetzen? Hm, okay, also ich sehe schon. Das wird wohl nichts. Du willst nichts zahlen, oder? Naja, ich habe bisher kein Budget für Interviews eingeplant. Na gut, dann lassen wir es. Kannst dich ja gerne melden, wenn du Budget für die Interviews hast. Tschüss. Aufgelegt. Als ich das Tuten in der Leitung hörte, schaute ich erstmal mein Telefon an. Ich glaube, mein Gesichtsausdruck in dem Moment sprach wahrscheinlich Wände. So richtig wahrhaben wollte ich das nicht. Allerdings gibt es ja auch solche Menschen. Okay, dann also nicht. So, nette Story, die wahrscheinlich einen Kopfschüttel-Effekt bei dir vorgerufen hat. Doch darum geht es ja gar nicht. Es geht um die Fragen, die ich gestellt habe. Auf Forderungen mit Fragen reagieren und um Hilfe bitten, ist eine Technik, die ich schon während meines Studiums gelernt habe. Ask for money, you get advice. Ask for advice, get money twice. Mit diesem Satz eröffnet der Wirtschaftsweise, der den Künstler am Pitbull trägt, seinen Song Feel this Moment. Und das funktioniert auch in Verhandlungen sehr gut. Chris Voss bezeichnet diese Taktik in seinem Buch kompromisslos verhandelt bzw. never split the difference als kalibrierte Fragen. Es gibt also auf diese Fragen, die logischerweise auf die Situation abgestimmt sind, keine festgelegten Antworten. Kein richtig, kein falsch. Und diese Fragen provozieren in den meisten Fällen Antworten. Das sind also keine rhetorischen Fragen, die gibt es ja auch noch. Und das verschafft dir Zeit, wenn du welche benötigst und kann dir zudem noch weitere Erkenntnisse liefern. Die Tatsache, dass mein Interviewgast allein schon von 3.500 auf 2.500 reduziert hat, spricht eine deutliche Sprache. Habe ich die Forderung abgelehnt oder gesagt, ich zahle weder 3.500 noch eine andere Summe? Nein. Er war es, der zuerst eine neu reduzierte Summe eingebracht hat und später die Verhandlung sogar abgebrochen hat. Wollte ich das? Hat er gemacht, was ich wollte? Ja. Ist er der Meinung, dass er das entschieden hat, also so zu handeln? Ich denke schon. Ein knappes halbes Jahr später meldete sich einer seiner Kontakte bei mir und buchte direkt ein Training bei mir. Ich wurde von ihm empfohlen. Das hat mich zum einen überrascht, allerdings stellte ich mir die Frage, hätte er mich empfohlen, wenn ich, ich zahle nicht für meine Interviews, geantwortet hätte oder sogar einen Machtkampf angezettelt hätte? Ich weiß nicht genau, aber ich vermute mal eher nicht. Angekündigt hatte ich es ja, quick and dirty. Also, die Learnings aus dieser Episode sind, auf Forderung kannst du mit kalibrierten Fragen reagieren, um Zeit zu gewinnen, deeskalierend zu wirken, Vertrauen bei dem Mensch, mit dem du verhandelst, aufzubauen und dem Menschen ein Gefühl der Kontrolle zu vermitteln. Und um Hilfe fragen, ist noch eine sehr gute Taktik, die dich neben den oben genannten Punkten zudem auch noch empathischer erscheinen lässt. Und das hilft dir dabei, bald eins zu können. Besser verhandeln. Ciao und bis bald, dein Andi.